Ich muss noch was vor ein paar Monaten, das habe ich schon manchmal vorgelesen, das habe ich gut gefunden über Missverständnisse. Und auch bei Fremdbestimmung und Selbstbestimmung gibt es so Missverständnisse. Aber es ist eine Geschichte, die als Tippfehler, vielleicht hast du es schon gelesen. Aber ein Ehebauch beschließt, im kalten Winter für eine Woche zu entfliehen und in die Südsee zu reisen. Aus beruflichen Gründen kann die Frau erst einen Tag später nachfliegen. Der Ehemann fliegt wie geplant. Und dort angekommen, bezieht er sein Hotelzimmer, ja, der Mann, holt seinen Laptop heraus und schickt gleich eine E-Mail an seine Gattin zu Hause, die ja nächsten Tag nachkommt. Irrtümlicherweise lässt er beim Eingeben der E-Mail-Adresse einen Buchstaben weg. Und so landet das Mail direkt bei einer Witwe, die gerade ihren Mann zu Grabe getragen hat. Und diese schaut in den Computer, die Witwe, um eventuelle Beileidschreiben zu lesen. Und als ihr Sohn das Zimmer betritt, liegt die Mutter ohnmächtig auf dem Boden. Und da schaut er auf den Bildschirm und da steht, an meine zurückgebliebene Frau von deinem vorausgereisten Gatten. Betreff, bin angekommen. Dann schreibt er, meine Liebste, ich bin soeben gut angekommen, ich habe mich hier bereits gut eingelebt und sehe, dass alles für deine Ankunft morgen schon vorbereitet ist. Ich wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich in Liebe deinen Mann. Und dann schreibt er noch, B.S., es ist extrem heiß hier herunten. Und dann schreibt er noch, B.S., 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 B.